Duzen? Besser, okay, gut. Also im Großen und Ganzen... Ich duzen ja doch schon so immer. Also dafür kann doch ich nix. Nee, okay, gut. War ich mit gemeint. Für Vertraute. Ja, Vertraute. Ja, musst du mal von vorne anfangen. Das war komplett. Fang nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zu unserer wirklich ersten Folge Meet&Speak mit mir, dem Michael Hagos und einem besonderen Gast, nämlich dem Hannes Mab. Hannes Mab ist Anti-Aggressions- und Coolness-Trainer, Lehrer für Kampfkunst und Selbstverteidigung. Unter anderem hat er seinen ersten Dahn in Jujutsu. Er ist Ausbilder für Mediation und Meditation, Erlebnispädagoge und Jugendcheffe. Hallo Michael, freut mich da zu sein. Es ist immer wieder spannend, junge Leute zu begleiten und dass du heute mit deinen Jungs den Podcast machst, das freut mich umso mehr. Der Grund, warum du ja heute hier bist, ist ja das soziale und aggressionshemmende Training, kurz SUAT. Richtig. Und du bist ja heute herzlich eingeladen worden, um ein bisschen darüber zu erzählen. Bist ja nicht ohne Grund hier. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, also es ist so, dass ich meine Ausbildung als Anti-Aggressions- und Coolness-Trainer abgeschlossen habe und habe mir Gedanken gemacht, wie man diese Dinge in die Schule einbaut. Also SUAT ist ein von mir entwickeltes Programm für gewaltaffine Jugendliche, auch für offene Jugendhäuser. Und heute spreche ich ein bisschen über den Baustein Schule. Ja. Und in der Schule ist es so, dass ja eigentlich Prävention auch im normalen Unterricht immer stattfindet und dass es dann auch Coolness-Training gibt für eine Klasse, die Schwierigkeiten hat im Miteinander. Und dann war es das in der Regel. Und die nächste Stufe ist dann auf der strafrechten Ebene zu sehen, wenn halt Jugendliche eine Bewährungsstrafe kriegen und sollen dann im Rahmen der Bewährung ein Anti-Aggression-Training machen. Und ich habe sozusagen da eine vierte Dimension eingebaut und das ist SUAT. Und SUAT beschäftigt sich mit Schülern, die verhaltensauffällig sind, die wirklich auf gut Deutsch auch Mist in der Schule gebaut haben und wie man mit diesen in dieser Situation arbeitet. Deshalb heißt es auch Training und nicht Beratung. Wie ist denn so ein Training überhaupt aufgebaut? Und welche Art von, sind da eher Jugendliche mit angesprochen, Ältere, also eher so Problemkinder oder wirklich schon Leute, die auch straffällig geworden sind, verhaltensauffällig? Die Zielgruppe ist erstmal Regel- und wertverletzende Kinder und Jugendliche, die sich im Rahmen ihrer Schulzeit nicht an gewisse Dinge halten, die wir, sag ich mal, nennen Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin. Und die das immer wieder machen und teilweise natürlich auch dann in einer Heftigkeit, dass es wirklich, sag ich mal, zu Opferschädigungen kommt, physisch oder psychisch. Welche Rolle spielt eigentlich dabei das Opfer? Ja, das Opfer spielt eine entscheidende Rolle, weil Täter in der Regel das Opfer und wie sich das Opfer fehlt, komplett ausblenden. Also man muss natürlich sehen, der Blickwinkel von dem Suat beinhaltet natürlich nicht nur das Opfer, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, aber es beinhaltet natürlich auch den Täter, die Institution, die Schule und natürlich auch die Gruppe. Weil meistens läuft es ja nicht nur immer unter zwei Leuten ab, es ist irgendwie eine Gruppendynamik dabei oder einer wurde angestiftet, also es sind öfters mehrere dabei. Und in diesem Handlungsviereck, Täter, Opfer, Institution und Gruppe, agiert das so weit. Welche Rahmenbedingungen hat denn das ganze Training? Also der Grundsatz ist, verstehen, aber nicht einverstanden sein. Denn hat da Rainer Galgebreck vom Deutschen Institut für konfrontative Pädagogik, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Das heißt, es geht darum, in einer gewissen Klarheit die Dinge so anzusprechen, dass man in dem Bewusstsein lebt, dass ich einen Menschen nicht ändern kann, dass er aber seine Haltung ändert. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, dieses anzusprechen. Und welche Lernziele hat das Ganze? Also Lernziele ist insofern so richtig definiert, dass ich sage, aggressives Verhalten ist erlernbar, es ist aber auch wieder verlernbar. Und dafür halt auch dieser Trainingseinsatz gedacht ist immer einmal die Woche, eine Stunde. Und da sollen natürlich verschiedene Aspekte angesprochen werden. Also zum Beispiel die Aggressivitätsauslöser, Selbstbild zwischen Idealbild und Realbild. Jeder hat ja so sein eigenes Bild von sich. Neutralisierungstechniken, also wie Täter probieren, sich aus Situationen herauszubringen, immer im Rahmen einer Spiegelung. Also dass sie dann immer sagen, der war daran schuld oder der hat das gemacht. Genau. Dann die Opferkommunikation ist ganz wichtig, also eine Empathie finden, sich auch entschuldigen für eine Tat, wo eigentlich nicht mehr entschuldigbar ist, wenn ein Schüler einen anderen schlägt. Da kann ich natürlich immer sagen Entschuldigung, aber eigentlich ist es nicht mehr entschuldbar. Dann die Kosten-Nutzen-Analyse ist auch für den Täter immer ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn er irgendwie aggressiv handelt und agiert, dann weiß er eigentlich schon, dass er da was macht, was nicht in Ordnung ist. Aber in seiner Kosten-Nutzen-Analyse ist es ihm wichtiger. Und das muss auch klar werden für ihn, ob es sich dann am Ende wirklich lohnt. Und was natürlich auch ein entscheidender Punkt ist, sind die Provokationstests, weil Jugendliche, die Stress machen, die wollen in der Regel keinen Stress haben. Aber sie müssen natürlich üben, mit Stress umzugehen und dann auch sich richtig und adäquat zu verhalten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden mit Visualisierung und Emotionalisierung, weil auf dem normalen Weg, sagt mir meine Erfahrung, ist es oft so, dass wenn es um die Rückmeldung geht, wie hast du dich verhalten? Ah ja, das war in Ordnung, okay, und hin und her, und dann war noch der schuld. Also da wird gedreht und geschaut und wird relativiert, aber man kommt nicht an den eigentlichen Kern ran und ich möchte einfach mit diesem Suat eine Verhaltensänderung, die aber sozusagen nicht von oben bestimmt wird, sondern die von dem Jugendlichen oder von dem Kind selbst auskommt. Das heißt, dass das Ganze bei dir dann auf freiwilliger Basis ist? Oder werden die Kinder... Also die Intention ist so, es ist ja klar, wenn sich ein Schüler in der Schule nicht benimmt, dass es da klare Regeln gibt, angefangen von Klassenregeln bis zu pädagogischen Ordnungsmaßnahmen, die dann auch vom Schulterlein ausgesprochen werden müssen. Und dann werden natürlich auch die Eltern eingeladen und da ist ein Spielraum da, weil wenn ein Schüler, sag ich mal, einen anderen schlägt, dann hat man natürlich verschiedene Optionen, um ihn in Anführungszeichen zu bestrafen. Also man kann sagen, er kann bis zur Schule verlassen, aber man kann auch sagen, er kann unter Umständen nur in die andere Klasse gehen. Aber es gibt ähnlich wie beim Jugendstrafrecht eine Bewährungsauflage, dass man sagen kann, okay, die Sozialverhaltensnote 6 zum Beispiel, die kannst du wegkriegen, wenn du Suat machst und erfolgreich bestehst und auch dich dementsprechend verhältst. Das heißt also, es geht darum, dass es Win-Win-Situationen gibt, dass es also eine Konsequenz hat, wenn er das macht, im positiven Sinne oder er macht das nicht, dann im negativen Sinne. Das heißt, der Entscheidungsträger ist jetzt nicht der Schulleiter, die Klassenkonferenz, die Eltern, der Entscheidungsträger ist letztendlich das Kind oder der Jugendliche, der dann auch, sag ich mal, die Konsequenz tragen muss. Und das ist ein erheblicher Unterschied zu anderen Beratungen, Informationen, dass man die Entscheidungsebene auf den Täter bringt. Im Rahmen von Gewaltprävention arbeitet natürlich auch die Schule ständig im Unterricht und bei schwierigen Klassen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ein Coolness-Training zu machen für die Klasse. Das sind also sozusagen die ersten beiden Dimensionen und danach ist die, die dann im Jugendstrafrecht angewandt wird, wenn es Bewährungsauflagen gibt im Rahmen von Taten, die auch dann im anderen der Aggressionstraining sein können. Und die vierte Dimension, die ich hier mit Suat entwickelt habe, gibt einem die Möglichkeit, diese Dinge in der Schule zu machen. Das heißt also, direkt vor Ort mit den gewaltaffilen Jugendlichen zu arbeiten, um definitiv eine Verhaltensänderung einzuleiten, die aber über den Täter kommt und nicht über restriktive Maßnahmen von oben. Der Hintergrund ist einfach, dass Akzeptanz und Konfrontation zu einer sozialen Entwicklung führen sollen. Und die ist halt, vom Täter aus zu wollen und mit dieser sekundären Behandlungsmotivation entweder oder haben wir natürlich einen Vorteil, weil der Klient muss sich in dem Fall entscheiden und nicht wir für ihn. Er wird nicht beraten, sondern er muss diesen Weg gehen und das soziale Training wird ihn fordern. Auch vielleicht, weil er in seinem Viertel, wo er groß wird, mit diesen Verhaltensweisen überhaupt nicht weiterkommt, weil da andere Regeln herrschen. Aber er muss es einfach auch begreifen, dass es halt auch unterschiedliche Systeme gibt und dass es in der Schule halt Regeln gibt, über die man diskutieren muss. Die sind da, an die muss er sich halten. Wenn nicht, dann hat man einfach diese Option. Wird in diesem Training eigentlich auch ein, ich sag mal, ein Gefühl von Empathie entwickelt? Ist das möglich? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sag ich mal, diese Opferkommunikation, ein Einführungsvermögen zu bekommen. Und ich hatte ja schon erwähnt, mit entsprechenden Techniken, die zum Beispiel über Visualisierung laufen, hat man die Möglichkeit, zum Beispiel, dass ein Täter, einer, der etwas gebrochen hat, im Rahmen einer Deliktspirale, die er aufzeichnet, mal sich bewusst wird, was, wo, wann passiert ist, mit wem und was aus dem anderen passiert ist. Dass es auch mal benannt wird, dass darüber gesprochen wird. In der Regel ist es ja auch eine Gruppe, mit der man das macht, nicht Einzeltherapie. Und da besteht schon die Möglichkeit, über diese Emotionalisierung zu der zentralen Frage, dass auch dann die Mitschüler, die auch irgendwo alle Täter sind, ihm, sag ich mal, Rückmeldung geben. Und da sind also wirklich wichtige Aspekte da. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man ähnlich wie bei einer Familienaufstellung Menschen in diese Rolle bringt, die dann ihm ein Feedback geben, wie sie sich fühlen würden, wenn sie gerade geschlagen werden, wenn sie gedisst werden. Also auch wirklich dann Druck aufbaut. Oder irgendwie auch immer. Das heißt, ja. Wenn man in diese Situation auch wirklich steckt. Also man hat unterschiedliche Möglichkeiten. So ein ganz einfacher Stresstest wäre zum Beispiel, jemand muss einen Text verlesen und alle in der Gruppe können jederzeit sagen, Stopp. Und dann muss er wieder von vorne beginnen. Ganz willkürlich. Ganz willkürlich. Und er darf auch nichts dazu sagen. Er muss einfach wieder von vorne beginnen und möglichst ruhig und sachlich dabei weiter den Text wieder lesen. Und wenn man das fünf oder zehn Minuten macht, dann kann man sich als normaler Mensch vorstellen, da komme ich schon in Stress. Und genau das ist es ja, dass die Leute, die Stress machen, in der Regel keinen Stress wollen. Und diese Frage ist einfach, wie können sie besser mit Stress umgehen? Und das muss ich trainieren. Das kann ich nicht besprechen. Wenn ich zu dem sage, du, es ist eine Art, und dass du den geschlagen hast, ja gut. Ich glaube, das weiß er auch, so mehr oder weniger Oberfläche, aber er ist sich gar nicht richtig darüber bewusst. Und wenn ich Erziehungsaufträge vergebe oder mit Eltern Vereinbarungen mache, dann ist es auch eine Möglichkeit, wenn ich aber weiß, die Mutter ist alleinerziehend, muss den ganzen Tag arbeiten, das Kind ist meistens alleine, dann sind es einfach, sag ich mal, formale Sachen, die eine Möglichkeit geben. Aber entscheidend ist einfach, zu diesen ganz anderen Angeboten, das regelmäßige Training. Und wie schon gesagt, im Sport ist es so, dass regelmäßiges Training zum Erfolg führt. Und hier ist es halt ein Training, was Richtung Verhalten geht. Und es soll einfach am Ende ein Verhalten rauskommen, wo man sagen kann, es entspricht einem sozialen Lernen und dann vielleicht auch irgendwann einem sozialen Handeln. Spielt in deinem aggressionshemmenden Training eigentlich auch die Körpersprache eine wichtige Rolle? Also die Körpersprache ist eigentlich eine sehr entscheidende Sprache, wenn man sich das bewusst macht, was man alles mit seinem Körper ausdrücken kann. Und in der Regel ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler, die in der Richtung, sag ich mal, verhaltensauffällig sind, einen wesentlichen Vorteil zu allen anderen haben. Sie sind Verhaltensdekodierer. Sie können sehr schnell Situationen erahnen, sie können sie sehr schnell einschätzen und sie können es auch für sich gut ausnutzen. Das heißt also, die wissen sofort, wenn einer ein bisschen schräg drauf ist, angefangen vom Klassenkameraden bis zum Lehrer. Und die wissen auch dann in der Regel, wie sie jemanden hochnehmen können. Und diese Frage ist einfach, werde ich so einer Sache selbst Herr? bin ich mir in dieser Frage voll bewusst? Und wie reagiere ich, wenn jemand auf mich anders reagiert, als ich das gedacht habe? Und das kann man natürlich in Trainingssituationen wunderbar simulieren, um einfach den in eine andere Situation zu bringen, in der er gestresst ist, in der er durch eine enge Straße laufen muss, die aus Menschen besteht, in dem er durchaus auch mal aushalten muss, dass Mitschüler ihn einfach verbal angehen, ohne dass er austickt. Und das sind Dinge, die kann man in Suat sehr gut üben, um einfach diese Bedrohungssituation, die er selber schafft, vielleicht nicht mehr zu entwickeln. Man muss sich immer überlegen, es sind immer verschiedene Schritte. Ah ja, guck, da läuft einer, der guckt so gerade nach unten, ich habe gerade einen Riesenhals, weil ich Stress mit meinem Vater habe, den ticke ich jetzt mal an. Dann trete ich dementsprechend auf. Und natürlich sucht er sich genau so jemanden raus. Wer gerade, aufrecht, normal geht, ist in der Regel kein Opfertyp. Und Täter suchen sich Opfer. Natürlich sind aber auch Täter Opfer. Sie sind Opfer ihres eigenes Handelns und des eigenen Systems. Das ist aber keine Entschuldigung. Aber Täter suchen sich schon speziell Leute raus, um dann adäquate Handlungen zu vollziehen, die sie in die Machtposition bringen, in die bessere Position bringen. Du sagtest gerade, dass Täter auch Opfer sind. Ja. Inwiefern? Also wie ist das zu verstehen? Ja, sie sind natürlich auch Opfer, weil sie müssen sich ja in ihrem System, wo sie leben, auch behaupten. Ist es ein System, wo vielleicht soziale Armut ist, wo soziale Kälte da ist, brauchen die Abwehrmechanismen. Arbeiten sie irgendwie mit Freunden zusammen, machen sie was zusammen mit Freunden, dann wollen wir natürlich in der Gruppe auch jemand sein, der wahrgenommen wird und nicht nur der Loser. Okay. Und dementsprechend entwickle ich natürlich dann Verhaltentechniken und Verhaltensweisen, die immer in die Richtung gehen, ich bin bei den Starken, du bist bei den Schwachen. Weil nur da kann ich erstmal meinen Erfolg finden. Und wie ist es, wenn diese Jugendlichen und Kinder bei Ihnen im Training waren und dann wieder, also können sie dann nicht wieder in diese alten Strukturen verfallen? Das ist ja genau diese zentrale Frage, die im Rahmen vom Anti-Aggressionstraining für Gewalt, da für die Jugendliche schon mehrfach mit Studien untersucht man ist, dass circa zwei Drittel dieser Person nicht mehr rückfällig wird. Das heißt also, sie schaffen es, jenseits der Schule in dem Viertel, wo sie wohnen, auch diese Verhaltensweisen anzuwenden, weil sie für sie unter dem Strich dann gewinnbringender sind. Wenn man Übungen mit den Kindern und Jugendlichen macht zum Thema Charakter und spricht nicht direkt mit ihnen, sondern versucht mit Spielfiguren von Hasbro was weiß ich, Batman, Catwoman oder auch Tiere Charaktereigenschaften zu definieren, ihre eigene oder sie kriegen welche gespiegelt, dann stellt man immer wieder fest, dass eigentlich keine der Klienten, egal ob Mädchen oder Junge, gerne bei den Bösen oder bei den Verlierern ist. Eigentlich wollen sie irgendwo alle bei den Helden sein. Eigentlich wollen sie alle irgendwo Captain America und Superman sein, aber sie scheitern dann im Rahmen dieser Gruppe oder ihrer Zusammensetzung in der Klasse, weil sie da mit diesen Verhaltensweisen erstmal scheinbar auf der Gewinne Seite sind, weil das ist noch eine Frage von Status. Der Lehrer schmeißt mich raus, ich habe es geschafft. Aber man ist sogar stolz darauf. Ja, natürlich irgendwo schon, weil die legen es ja auch darauf an. Also wenn einer ständig stört, weiß er, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck in der Schule, ständig zu stören. wenn er nicht zu beruhigen ist, muss er ihn in der Lehrjahr dann rausschicken, in den Trainingsraum oder zum Schulleiter, wie auch immer. Also macht er das ja schon ganz bewusst. Also es ist eine Frage von Status und Macht. Und natürlich auch von Anerkennung gegenüber den anderen, ob das jetzt im Viertel ist oder in der Schule, spielt keine Rolle. Aber es greifen immer wieder dieselben Mechanismen. Und da, denke ich, ist die Chance sehr groß in der Richtung, mit dem Training für jemanden einen Plan zu entwickeln, wie es auch anders geht. Und diese Ansätze sind wichtig, weil es geht ja letztendlich darum, dass jemand, wenn er aus der Schule rauskommt, einen vernünftigen Abschluss hat, irgendwann eine Freundin hat, Kinder, die er nicht unbedingt schlägt, sondern wo er mit Kommunikation auch Probleme lösen kann. Und das ist ja ein Teil von einem gelungenen Leben. Und da kann das schon durchaus helfen, wenn ich da in der Richtung weiß, wie ich mein Verhalten ändere. Weil den Menschen an sich, den kann ich nicht ändern als Coach. Das ist nicht möglich. Aber er kann sein Verhalten ändern. Und dazu hat er natürlich auch ein gewisses Handwerkszeug, was er in SUAT halt kennenlernt. Aber er muss es halt auch durchhalten. Dankeschön, dass du da warst. Michael, ich habe mich zu bedanken, weil es ist eine Möglichkeit, auch dieses Programm anderen Menschen zugänglich zu machen. Und es ist einfach wichtig, weil dieses Thema Gewalt, verbal wie körperlich, und diese Frage, wie gehe ich mit Konfliktsituationen um und weiterführend, wie bekomme ich eine Einstellungsveränderung als Täter dazu, ein Element ist, was eigentlich schon immer in Schule Bedeutung hat, mal mehr, mal weniger. Aber es ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft und die kostet später sehr viel Geld. Man kann dich ja auch erreichen unter ad.rem.suat at gmail.com Adrem bedeutet ja auf Lateinisch zur Sache. Zufall? Ganz bewusst gewählt zur Sache und SUAT, das hat es natürlich aus diesem Buchstaben gegeben, soziales und aggressionshemdes Training. Und wenn man mal dann nachguckt, wird man auch feststellen, dass es seinen Ursprung, das war natürlich auch jetzt Zufall, im Arabischen hat und SUAT heißt der Glückliche. In dem Fall meine Entscheidung, mein Weg, wenn am Ende der Weg ein Glücklicher ist, freue ich mich umso mehr. Ich finde es toll und bemerkenswert, was du da machst, was du da aufgebaut hast, dass du das entwickelt hast, dieses aggressionshemmende Training, das auch in Schulen angewendet werden kann, aber auch außerhalb von Schulen und ich denke, es wird viele Menschen ansprechen, viele Jugendliche, viele Kinder und hoffentlich auch helfen. Das ist das Ziel und der Zweck von SUAT. Super, man sieht sich immer zweimal im Leben bzw. hört voneinander, vielleicht nochmal im Podcast. Und ihr da draußen, was auch immer ihr macht, was auch immer ihr durchlebt oder wo ihr lebt, Gewalt ist nie eine Lösung. Nicht der Arm sollte der größte Muskel sein, sondern das Herz.